nein das sind einfach nur komische ausrufezeichen gut hier hat sich auch noch nicht viel geändert sacken wir hier noch ein was wir finden können an aluminium schrott ja und da gucken wir mal ganz kurz in unser camp bau menü ja verteidigung niedrige holzbarrikade und holzmast fallen können wir noch gar keine und dekoration auch nicht wie gesagt für die waffenkammer brauchen wir holzbretter und blechplatten und flechtseil davon haben wir noch ein bisschen und natürlich nägel und den hammer für die küche geht ungefähr dasselbe und für zubehör brauchen wir die kämpfstufe 4 herstellung von panzerungen und waffenmodulen ja so das heißt wir müssen uns jetzt wohl in unserem gebiet umsehen aber vorher lagere ich zeug aus hier zum beispiel die ganzen rostigen mist gabeln und die schutzhelme essen trinken lagere ich nichts aus heilpflanzen kann ich auslagern aluminium dosen habe gedacht ich etwas gehört leere flasche nehme ich mit also ich irgendwo wasser aufsammeln kann nageln stahlfeder das kann alles weg kopferdraht genauso aluminium jetzt gehen wir erst mal den unseren neuen kumpel besuchen der weiß ich nämlich wo er einigermaßen ist na bleibt liegen so auch weg und immer schön fleißig zeug aufsammeln so ich glaube das hier ist schon das ende auf dieser seite nein da geht es doch tatsächlich weiter ich weiß ehrlich gesagt nicht wie groß das gebiet hier ist und ja ich halte hier lieber die karte offen dass ich mich nicht verlaufe ob ich dabei manchmal die gegner nicht so gut sehen kann wahrscheinlich ist der trappe kohlebrocken kumpel da oben vielleicht seinen nägel das schloss können wir auch knacken kommen wir uns mal wenn wir mal die die güterwaggons hier wenn wir schon mal hier sind okay den können wir nicht von da aus aufmachen den hier können wir von hier aus aufmachen und so wie es aussieht auch von der anderen seite nagelschachtel da latscht gerade ein zombie mitten durch die waggons durch ja nägel nägel sind ja wichtig fürs bauen von na du lebst noch für das bauen von mhm gebäuden also von sachen in unserem lager so da ist noch ein güterwaggon und da ist auch ein bahnhof und hi bäh bäh ja ihr mich auch so legt euch alle mal schlafen ja oh da ist eine ganze meute drin und ja dafür bräuchte ich jetzt noch den schraubendreher die scheinen aber auch die tür nicht einschlagen zu können was gut ist weil es sind doch schon ein paar da drin so wieder einer tot noch einer tot so und ja soweit ich weiß war mein neuer freund hier irgendwo im westen Aber ich hätte schön können, dass es nicht so weit im Westen war. Und ihr seht ja, wie weitläufig hier alles ist. Ah. In der Hütte dürften wir... ...Flechtsseil... ...finden können. Auf jeden Fall habe ich gerade Corded Beef gefunden. Aber das ist doch schon mal etwas. Ja, und da ist auch verschlossen. Der macht netterweise die Tür für uns auf. So. Armreife. Er ist unten drin. Ja, Flechtsseil. Haben wir etwas Flechtsseil gefunden. Und so sieht es aus wie Nein und Gern. Ja. Nie verkehrt. Hier haben wir einen von Covax Bunker Eingängen. Das heißt, hier hätten wir einen alternativen Platz für eine Basis aufstellen können. Und ja, das hier sieht schon wieder jetzt nach Ende im Gelände aus. So, wir werfen uns mal kurz eine Dose Corned Beef ein. Na, ist doch noch nicht ganz Ende im Gelände. Leider scheint es keine Art Schnellreise-System zu geben. Ah, Ausgang wählen. Doch, gibt es tatsächlich. Also jeden Ausgang, den wir entdeckt haben, den können wir auch benutzen. Äh, wie kann ich in der Karte wieder reinzoomen? Äh, wie kann ich in der Karte wieder reinzoomen? Au. So. Ja, wenn wir nicht anvisieren, können wir mit dem Bogen treten. Auch gut zu wissen. Äh. Steuerung wollte ich. Karte. Ja. Logbuch. Achso, wo ich Zeug finde. Aber nicht, wie ich die Karte zoomen kann. Nein. Na, steht da leider nicht. Ups, das ging ins Grüne, aber ich habe ihn wieder gefunden. Aha. Hallo. Flechtseil habe ich gefunden. Komme ich jetzt hier etwa nur raus, wenn ich die Tür einschlage? Ja. 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 Hm, du meinst, ich gehe durch deine Drahtseile durch. Nee, danke. Das ist also der alte Trapper. Der hier in der Gegend lebt. Oh Gott. Hi. Hä, wer bist du? Was zum Teufel machst du hier? Gibt es nichts, was sich zur stillen Not verschwinde von hier. Oh, du gehörst zu diesen Idioten, die versuchen, keine Ahnung, eine Zuflucht zu finden. Ist es das? Was willst du dann von mir? Tollwütige Kojoten. Gibt Blechplatte, Hammer, Nagel, Schachtel, Holzbrett, Flechtseil. Wenn ich dir helfen soll, musst du schon einen Schritt tun und mir deinen guten Wind zeigen, Kumpel. Hier bei uns mag man Fremde nicht besonders, nicht mal die, die uns nicht fressen wollen. Also hört zu. Vor ein paar Tagen hat sich ein Rudel tollwütiger Kojoten bei meinen Pflanzungen rumgetrieben. Ich wollte sie an eine ruhige Stelle in der Nähe des Sumpfes, der Sumpfescheuchen. All diese verdammten Seester sind wieder zurückgekommen und haben alles zertrampelt, dreckige Mistviecher. Mein nimmlicher Bruder, sagt er, würde dich sich darum kümmern, aber wirklich hat er wieder absolut nichts getan in der ähnelnde Foulpilz. Wenn du also da runter gehst und mir diese verdammten Kojoten vom Hals schaffst, kannst du von mir haben, was du willst. Aber das muss noch heute Abend passiert sein. Ja. Ich könnte die Stufe höher machen, ich könnte sie auch niedriger machen, aber machen wir sie mal so. Und dann sollte ich nach dieser Runde mal Erfahrungspunkte ausgeben. Weil jetzt kann ich das, glaube ich, gerade nicht, dass ich mal einfach meinen Bogenexperte verbessere. Doch, könnte ich. So. Da mache ich schon mal mehr Schaden. Das war wohl der erste Kojote. Und ich soll Maiskolben finden. Ein paar Tote, noch eine Pflanze. Hunger und Durst sehen wieder nicht so gut aus. So, verputzen wir die Brombeard mal. Wir geben etwas satt und viel Durst. Also 25. Ist schon ein gutes Stück. Los, stirb. Also ja, es sind wieder Zombies in der Nähe. Und davon nicht so knapp. Gucken wir uns mal hier hinten um. Hier ist niemand, außer ein paar Pflanzen. Ach, da hinten hängt der Zombie im Wald fest. Ja, Mais. Mais nehme ich gerne mit. Würde gerne noch mehr mitnehmen. Ist hier noch irgendwo Mais? Ja. Wer ich mir nämlich später deine Küche bauen kann. Ja, jetzt sollte ich mir wirklich mal nicht eine Heilpflanze, sondern einen Band anlegen. Und da ist ein Sacken, was man so findet. Zum Beispiel noch mehr Maiskolben. Das war noch ein Kojote. Das war ein Zombie. Da hinten ist noch einer. Die Kojoten halten zum Glück nicht so viel aus wie die Zombies. Und so weit ich mich noch erinnern kann, kann man diese Pflanzen kochen. So, machen wir die Karte mal aus, dass wir ein bisschen mehr Sicht haben. Noch ein Maiskolben. So, Kojote ist weg. Dann noch ein Maiskolben und wir haben es geschafft. So. Erfahrungspunkte. Die ganzen Sachen, die wir brauchen. Du hast dir ja ganz schön Zeit gelassen. Da hätte ich glatt sämtliche Haare in meinem Bart sehen können. Aber du warst sehr effizient, das muss ich zugeben. Du hast mir dabei aber hoffentlich keine Pflanzen geklaut. Ich werde es nachprüfen. Wie dem auch sei, du hast wenigstens, du hast wenigstens geschafft, das abzuschließen, was mein V-Pads von Brüdern nicht mal anfangen konnte. Ja. Was denn jetzt noch? Verfeindete Brüder. Nein, Nägel und Kupferrohre. Okay, wir können uns merken, hier oben ist ein neuer Questgeber für uns. Und eine neue Luke. So, Kovac. Wir haben das Zeug. Nö. Wir müssen erst die Waffenkammer direkt über uns bauen. nur sollten wir das bei unserem Lager tun. So, also, Campmenü. Wir könnten ja auch mal das Camp weiter aufwerten mit unseren Erfahrungspunkten, aber ich glaube, ich packe bei erster Erfahrungspunkt den Fähigkeiten rein. so, eine Waffenkammer wird gebaut. Eine Waffenkammer kann platziert werden. So, hier können wir Pfeile, den Stillbringer, den Diplomaten herstellen. Pfeile mit Feuersteinspitze versehen. Den Richter. Das ist ein selbstgebauter Karabiner. Dafür bräuchten wir eine Aluminiumkrücke und Stahlriegel. Für Patronen bräuchten wir Bleiknügel. Na, was ich halt nicht machen kann, ist ähm 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 eine Armbrust. Ich könnte mir aber 40 Pfeile mit Feuersteinspitze herstellen. Die sind dann eben stärker als die Standardpfeile. Feuerwaffen, bürgen Armbrüste, Munition, Projektile. Verbessern. Munition, genau. Bleikugeln und Schwarzpulver bräuchten wir für Munition. Weil Hülsen haben wir mehr als genug eigentlich. Ich hab sogar schon 100 Munition in meinem Ding rumliegen. Ja, Pfeile mit Feuerstein machen 35 Schaden. Normale Pfeile machen nur 30 Schaden. haben aber auch eine höhere Mannstoppkraft. Benötigt Gebäudestufe 2, okay. Das heißt, wir machen erstmal unsere Waffe. So, dann gucken wir uns mal unsere Charakterwerte zum Steigern an. Nachkampfwaffe wäre nicht schlecht. Die beiden Sachen könnte ich auf jeden Fall mal steigern. Das wäre nämlich gerade in höheren Bereichen ganz schön nervig. Energieverbrauch nicht unbedingt und das können wir noch nicht alles. also, da ich in Gebäuden ab und zu mal zur Nahkampfwaffe greife, sollte ich das auch mal steigern. Erfahrungspunkte kriegt man ja, wie man sieht, genug. So. Das ist das ist Ja. dann.